Dann werde ich jetzt einen Kurs anlegen, dass wir vom Gartencenter zum Hof kommen. Sprich, dass wir dann später auch für die Felder über den Hof das alles abwickeln können. Das soll die Idee dran sein. Dann können wir hier den Heiko schon wieder einstellen, dass er auf dem Feld 22 quasi meist drillt. Dann müssen wir jetzt gleich noch für Sepp die ganzen Strecken einstellen. Da muss ich die dann aber auch irgendwie einfahren. Oder ich muss mal gucken, ob ich vom Feldverbund was mache. Ja, da könnten wir mal schauen, dass wir irgendwie was finden. Irgendwo da die Strecke nicht komplett zweimal fahren müssen zum Gartencenter. Das ist eigentlich so mein Hintergedanke, mein Ziel daran, was ich vorhabe. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Vielleicht kriegen wir das ja gar nicht hin. Vielleicht muss ich ja trotzdem auf einzelnen Strecken zurückgreifen. Was ich natürlich nicht möchte, dass ich komplett vom Feld zum Gartencenter eine Strecke einbaue. Das finde ich eigentlich doof. Aber vielleicht müssen wir ja so interagieren. Ich glaube, die Mähdrescher haben sich verkeilt, oder? Ja. Die waren zu dicht hintereinander. So. Das ist jetzt quasi Hof vom Gartencenter. Und ich muss mal kurz den Mähdreschern hochgucken, weil... Hier ist eine Mähdrescherparty. Und sowas dulde ich nicht. Sowas gibt es bei mir nicht. Also hier gibt es keine Mähdrescherpartys. Auseinander. Hat es dabei den anderen Abfahrer rausgehauen? Ja, ne? Ja. Hier ist der Abfahrer komplett raus. Alles klar. Ähm... Ich stelle dich mal wieder ein. Du musst jetzt dadurch eigentlich wieder draufkommen, ne? Ja. Kommst du nicht? Okay. Äh... Der hat nämlich nur so ein bisschen die Ecke abgefräst. Und das ist, äh... Das ist unzureichend. Genau. Jetzt hat er das detektet, wo er wieder rauf muss. Sehr schön. So. Mal gucken, wie es bei dir aussieht. Äh... Du bist ja fast voll, ne? Das heißt, ich würde dich gerne... Wenn ich den jetzt direkt hinterher schicke, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass der früher oder später auch wieder seine Probleme hat. Aber... Ich werde einfach mal... Achso. Die sind ja eh nur auf. Achso. Äh... Das bringt ja gar nichts, ne? Das bringt ja nur denn was, wenn die auch tatsächlich über CP fahren. Das macht ja gar keinen Sinn, hier irgendwas einzustellen. Ich bin mal gespannt, ob das, äh... Welche Auswirkungen das jetzt hat. Ob die sich in der nächsten, äh... Kurve gleich wieder treffen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Was ist... Was ist los? Deutsch-Agro? Steigst du Verkehr fest? Why? Why? Achso. Oh, okay. Die Kurve ist so weit rum. Ist ja krass. Was? Dann muss ich den mal hier hinstellen. Steigt immer noch im Verkehr fest? Was hat der denn für ein Problem jetzt? Der ist jetzt aber übertrieben, was du da für ein Problemchen hast. Ganz ehrlich. Ich... Ja, das ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Zack, einmal rein, raus. Dann ist er... Dann sollte es wieder funktionieren. Sag mal Bescheid, wenn du irgendwo bist, weil... Ah, der Bührer ist... Igor ist fertig mit dem... Mit dem Streuen von, ähm... Von Dünger. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann können wir den nämlich ja wieder zurückbringen zum Hof. Den Düngerstreuer auffüllen. Tanken. Und, äh, im Grunde würde ich gerne Igor dann tatsächlich auch wieder einsetzen, um, ähm... Ja, entweder... Entweder zum... Zum Schwaden oder zum Sammeln. Ich weiß es noch nicht. Aber bevor wir da weitermachen mit dem Schwaden und Sammeln, äh... Will ich gerne die Strecken zum Gartencenter noch einprogrammiert haben, sozusagen. Das möchte ich gerne auch noch hingetütelt haben. Die, 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 die... Das muss einfach sein. Also... Ohne dass... Ah, die haben sich schon wieder festgehangen. Scheiße, man. Die sind einfach zu dicht aneinander. Ähm... Jetzt hoffe ich mal, dass der Azubi... äh, Klaus richtig rauffährt. Ja, tut er. So, wenn ich ihn jetzt hier... Ich... Ah, das nächste Problem wird sein, dass... Ähm... Dass er jetzt wahrscheinlich seinen Punkt nicht findet, oder? Wenn er wieder hierher kommt. Das kann echt gut sein. Was ist da eigentlich so langsam gerade? Wendemanöver? Du hast doch gar kein Wendemanöver. Rückwärtsfahrt? Hm, das ist eigentlich auch nicht... Merkwürdig. Äh... Einmal den Abfahrer entlassen. Schön, wie viel Silage wir jetzt hier haben, ne? Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession sofort als erstes, äh... Wieder anfangen, die Kühe zu füttern. Das, äh... Das ist, glaube ich, safe. Das muss gemacht werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Weil dann ist die Produktivität auch endlich wieder über 20%. Und dann geht das da auch gescheit weiter. Genau. Hier steht hier noch alle fleißig rum. Der Kollege Jan zieht mal wieder die Kartoffeln, äh... Wie ein Großer, den Berg hoch. Mach dir doch mal alles Rad an. Dauerhaft. Da ist noch ein bisschen was drin. Das sieht gut aus. So was da zu tun. Und der Kollege kommt auch gerade zurück. Igor steht hier. Das heißt, dann fahren wir... Wollen wir Igor seinen Trecker mal kurz runter. Wie gesagt, auffüllen. Und dann gucke ich mal, dass ich, äh... Für das Feld 22... Noch die Strecke zum Gartencenter eingestellt kriege. Beziehungsweise... Also vom Hof zum Gartencenter natürlich. Und dann... Müssen wir... Von Feld 27 noch was einstellen. Und ich glaube... Feld 27 ist halt so... Obwohl, ne... Wir kommen ja von 29, wenn wir ja auch über diese Straße kommen, ne? Von 26 halt nicht. Aber 26. Aber 28 auch. Also könnten wir da tatsächlich einen Way nehmen. Komplett. Ja, das könnten wir eigentlich komplett machen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Von der einen Kreuzung zum Gartencenter. Und dann vom Gartencenter wieder zurück zur Kreuzung. Und dann die einzelnen Felder... Von den Startpunkten. Ähm... Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht hatte. Ich glaube, das habe ich doch auch von da gemacht, ne? Das Dumme wird halt sein, ich fahre jetzt... Ich muss mir das gleich nochmal angucken, wie die... Wie die Strecken zum Feld... 27? Ja, wie die Strecke zum Feld 27 aussieht. Ich glaube nämlich, dass sie schon sehr, sehr gut aussieht. Und, ähm... Die kann man, glaube ich, dafür auch verwenden. Stelle ich gerade so... Habe ich so gerade das Gefühl, dass das schon ziemlich gut funktionieren könnte. So, ich fahre jetzt mit Ego auch nochmal schnell hoch zum Kuhstall. Dass er schon mal in der Nähe des Schwaders steht. Damit wir da quasi, ne? Gleich drauf zugreifen können, wenn es losgeht. Und... Mach ich jetzt noch mit... Ne... Der Multi steckt fest. Ah, okay. Ah, okay, die beiden haben sich getroffen. Schade. Wahrscheinlich einer... Also hier Jonas und Jan haben sich getroffen. Die haben sich getroffen... An einer Stelle, die wahrscheinlich nicht so schön ist. Äh, das war natürlich jetzt auch ein bisschen schlau. Weil hier oben steht ja schon Dings, ne? Obwohl, wir könnten auch Igur... Ja, wir nehmen Igur das nächste Mal zum Füttern. Weil Igurs Trecker ja ein bisschen schwächer ist. Und, äh, wir ja schon unsere... Unsere Erfahrung damit haben. Wie das mit schwächeren Traktoren... Dass es mit schwächeren Traktoren besser funktioniert. Ich hoffe mal, dass... Jan schnell genug dran vorbeikommt. Oder die wieder gleich einen Crash bauen. Na, alles klar. Jan kommt schnell genug dran vorbei. Sehr schön. Ach, siehste, das hab ich mir doch gedacht. Das hab ich mir doch gedacht hier. Dass der Azubi später hier hängen wird. Weil... Sein, sein Bezugspunkt war ja weg. Er wurde ja quasi von Klaus, äh, einfach mal weggedroschen. Verdroschen! So, Abfall einstellen. Das müsste jetzt wieder laufen. Ich hoffe mal, dass nicht das gleiche Problem jetzt mit, ähm... mit Klaus passiert, dass der Azubi, äh, seinen Bezugspunkt wegdrifft. Müssen wir abwarten, ne? Das wär... War der verkehrt rum? Oder hab ich das einfach nur verkehrt rum? Ah, ich hab's den verkehrt rum gesehen. Alles klar, ich dachte schon. Ich dachte schon, dass da irgendwas, äh, schief gerade ist. So, pass mal auf, ähm... Ich will mir das jetzt nochmal angucken mit... mit dem Herrn Sepp. Und zwar... Wir haben ja hier Feld 27, Anfang und Ende, ne? 27, ÜLW, Ende. Das interessiert mich mal, wo diese Strecke jetzt endet. Wenn die nämlich... Och, ich hab die Nase gerade. Wenn die nämlich dort endet, wo, ähm... Wo der Dart anfängt. Das ist ja die Endstrecke. Ne, siehste? Das hab ich mir doch gedacht. Die ist, äh, die fängt nämlich hier so an. Ah, das find ich ein bisschen ärgerlich. Weil da müsste ich immer, wenn ich von hier komme, vom Gartencenter, da müsste ich immer so die Kurve fahren. Bis hier. Und der Anfang sieht wahrscheinlich nicht anders aus, ne? Wenn ich mir jetzt in den Anfang angucke. Der geht bis hier, das ist ganz cool. Na gut, dann machen wir es doch so. Dann starten wir hier mit der Kursaufzeichnung für... äh, für den Feldverbund, um zum Gartencenter zu kommen. Ne? Oh. Noch nicht mal losgefahren, aber schon einen Kreuzungspunkt gesetzt. Sauber. Sauber Tizi. Tizi übertreibt das wieder mit den Kreuzungspunkten. Ne, aber dann fahren wir dann mal zum Gartencenter. Und dann vom Gartencenter wieder zurück. Und dann haben wir nämlich schon mal die Strecken, dass die vom Gartencenter sich Stroh holen können, wollte ich schon sagen. Dass sie sich Saatgut holen können. Ich hoffe, dass es dann auch mit der Strecke an der Maschine gut funktioniert. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es ein kleines Problem geben könnte. Problem geben könnte, weil es einfach zu dicht ist, zu eng ist da hinten. Da müsste ich mir mal überlegen, ob ich vielleicht die Saatmaschine anders stelle, sodass der Schnorchel, der die Maschinen befüllt, vielleicht in den Gang rein zeigt, sodass ich da nicht rückwärts reinfahren muss. Dass ich quasi die Saatproduktion einmal drehe. Ich war jetzt hier ein bisschen ungenau gerade, stelle ich gerade fest. Ich war auf dem kleinen Weg auf der anderen Spur. Ist nicht so schön. Lassen wir aber jetzt so. Habe ich beschlossen. Passt schon. Ich gebe euch Brief und Siegel, da wird bis LS17 nichts drauf passieren. Auf gar keinen Fall. So sehe ich das. So. Jetzt müssen wir einmal hier vorne rein und hier schon mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, ins Gartencenter, in dieses Gartencenter einfahrt und stoppen. So, das ist der nämlich, wie habe ich den Feldverbund denn genannt? Ist das 26 und so weiter? 26 bis 28. Weil 26 liegt dahinter, ne? Ne, 26 liegt da. Eigentlich ist da noch 29 mit bei. Eigentlich ist das 27 bis 29. Feld 27 bis 29 zum Gartencenter. Garten C. Alles klar. Nimm wir so. Passt. So, jetzt kriegen wir noch eine Strecke. Krass. Da kam auch gerade wieder Jan vorbeigeschossen. Jetzt brauchen wir halt noch eine Strecke wieder zurück zu dem ominösen Verbund quasi. So. Da haben wir unsere Kurve ausgefahren, sauber. Dann fahren wir einmal schön zurück. Das ist eigentlich ganz angenehm, nicht mit Tempomat einzufahren, sondern mit Gaspedalen und Lenkrad finde ich gerade. Das habe ich eigentlich immer nicht so gemacht und jetzt stelle ich gerade fest, dass es eigentlich ziemlich cool ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt fahren wir nämlich hier rein. Gucken, dass wir so ein bisschen... Ja, sieht gut aus. So, damit wir dann, falls uns doch mal einer entgegenkommt, wenigstens die eine Richtung passt. Da fahre ich ein bisschen anständiger. Ich werde aber so eine kleine Schleife auch mit einbauen, dass dann dieses Wendemanöver quasi von mir schon mit eingeleitet wird. Und nicht erst durch die CP-Fahrer passieren muss. Das ist... Jetzt bin ich denen, glaube ich, schuldig. So. Hier eine engere Kurve, bitte. Da sind wir auch mit der Geschwindigkeit runtergegangen. Jetzt will ich hier gar nicht so weit hoch mit der Geschwindigkeit. Und gucken, dass ich da nicht gegen den Baum fahre. Aber ich will schon so ein bisschen auf dem Grünstreifen und dann halt einmal rumreißen. Oder rumdrehen. Und dann ist gut. Ja, dass wir bei der Bushaltestelle irgendwie... Ja, genau hier so rein. Das ist zwar ein bisschen gefuscht, die Strecke, aber... Fuscht muss es auch hin und wieder mal geben, ne? So, zack. Dafür wird es dann aber funktionieren. Und das ist dann jetzt nämlich auch Feld 27 bis 29 vom Gartenzentrum. Gut. Haben wir die doch auch, die Strecke. Denn werde ich das einmal... Ich werde das einmal ausprobieren. Obwohl, ne. Generieren bringt jetzt nichts, weil... Der wird eh nicht mehr drauf gehen. Das heißt, das ganze Ding können wir alle Richtung... Ha, Leute. Das ganze Ding können wir getrost uns sparen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt soll ich mal kurz durchgucken, wie das überall aussieht. Jan sieht nämlich auch gut aus. Hier bei Jonas läuft das auch mit dem Schaufeln. Der macht das eigentlich ziemlich cool. Wie viel ist hier noch drinnen? 136.000. Das heißt, die sind noch zweimal unterwegs. Und dann war es das. Aber ich habe den LKW nicht mehr, ne? Ich wollte den LKW jetzt nach der Aufnahme eigentlich wieder abgeben. Weil... Das wollte ich natürlich tun, wenn ich die Aufnahme beende. Weil dann kriege ich keine Störung, ne? Ja, der hat nämlich auch nur noch 28 Minuten. Tja, alles klar. Dann ist das leider so. Ich gucke nochmal durch, was es sonst nur noch gibt. Was machen die Mähdraschen? Die haben sich mal wieder addit. Habe ich es mir doch gedacht. Mähdraschersalat quasi. Na gut, Freunde. Wie gesagt, ich mache Feierabend mit der Aufnahme-Session. Ich bedanke mich bei euch wieder mal ganz recht herzlich für den ganzen Support. Dankeschön für alles. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Video teilen, kommentieren. Danke für alles und bis morgen. Bye, bye. So, meine Freunde. Das war es auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschauen, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, bzw. ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020